Mann! Mach jetzt was! Simon, du kochst mich doch gerade, Alter! Boah, Simon, das ist schlimmer als Castle Rush gerade für mich, ne? Simon, wie geht's dir auf Madeira? Wie viel wiegst du gerade? Locker eine Tonne. Äh, 250 Kilo. Und das ist das Ding, ich glaub dir das, du fettes Arsch. Ich glaub dir das, Simon. Du bist eine richtig kleine fette Kartoffel. Und ich frag mich immer, wie kann man als veganer Fett sein? Aber das ist möglich. Dieses Bodyshaming, was du betreibst, Rewe, das find ich überhaupt nicht gut. Also, ähm, ich sag's mal lieber so. Lieber ein paar Kilo mehr, um im Winter zu kommen, als ein Mercedes im Stream zu konfigurieren. Mhm. Du sagst es, Bro, du sagst es, Mann! Der Winter auf Madeira ist rau und hart. Ich mach beides. Ähm... Fressen und Autofahren. Ich bin auf Gasmaske heute, angelehnt. Und 20 Subs als Einsatz, ne? Was sagst du, Simon? Ich kauf Unge keine Subs, der hat so viel Geld. So, Spiel starten, Ruhe. Weil ich auf YouTube streame. Ja, das ist das größte Problem. Weil ich nicht auf der selben Plattform sein möchte wie du. Eins, zwei, drei. Warte, mein Controller hat sich angeschossen. Fünf. Zwei, Max. Ja, warte mal, ich muss kurz meine Playstation anbeinen. Oh, ich spiel schon wieder mit Sch***e. Hier mit, ohne Controller, Müll da, hier mit, äh, fast Natur. Stark sein. Schlüssel... Oh, Simon, Glückwunsch. Simon, gönne ich dir wirklich von ganzem Herzen. Ich gönne dir auch den Mercedes von ganzem Herzen. Oh, das Spiel hasse ich, wenn Tri-X mitspielt. Weil Tri-Max kann... So lange, wenn mich keiner schlägt, schlage ich keinen. Easy. Ihr schlagt alle wieder, weil ihr nicht leben könnt. Nein, Max, du schlägst immer alle. Immer, die ganze Zeit. Wenn mich keiner schlägt... Das stimmt einfach nicht. Wenn mich jemand einmal schlägt, schlage ich den zehnmal. Das macht mich so sauer. Du gehst nicht mal für die Wörter. Und ich bin tot. Direkt Micky hat mich geschlagen. So, was passiert jetzt? Micky hat mich wieder geschlagen. So, das war's mit Micky. Micky wird aus dem Spiel genommen. Das ist das allerletzte. Du hast mich zweimal geschlagen. Du... 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 Ja. Okay. Nein, du hast mich zweimal geschlagen. Ich schlage dich. 20... Aber mich brauchst du nicht schlagen. Ey, es ist so dumm. Es ist so dumm. Boah, wer schlägt denn jetzt hier? Unge wieder? Mann! Wer ist der blaue Hund? Der blaue ist ein Hund. Micky hat mich geschlagen. Ihr seid so dumm. Ey, Digga, das ist so... Ihr seid alles so... Es ist so dumm wie dieses Spiel. Es ist so... Hör darauf zu hauen! Hahaha. Ich find das... Ich find das... Ich find das... Oh, ich freu mich, wenn Monte später dazu kommt. Der wird so ausrasten bei der Kombination. Knappes Ding. Das sieht man wieder, wie Trimax wieder nicht lesen kann, Alter. Wirklich. Toll, dass wir das Spiel drin hatten. Wird das ausgewählt? Wieso haben Unge und Montana Black Streit? Weil die gegen... äh... Weil die zusammen gewohnt haben, deshalb. Hat Monte im UFO gewohnt damals? Boah, war das lost grad mit dieser komischen... Oh, Micky, Alter. Geil, dass du Erster geworden bist. Gut gespielt. Stark, Micky. Wirklich, hat's gelohnt. Oh, Geschenkegreifer. Was ist das? Ah, Geschenkegreifer. Einfach... Da brauchst du alle Steine einsammeln und musst die Geschenke ausweichen. Max, mach halt, was du gesagt hast. Nur jedes dritte Geschenk darfst du... Konzentration. Sonst kriegst du ein... Baff. Achtung, der Stein. Ist doch auf Weihnachten angelehnt, ne? Revi ist so lost. Würde ich nicht sagen. Da war ich nicht so gut in dem Spiel Hast du Lust, Simon in Köln so eine Art YouTube-Haus zu machen? Ja Geil Seid ihr nicht zu alt dafür? Nein, wir haben eine Midlife-Crisis gerade Jetzt schließen wir von sich auf andere, das ist das Krasse Würde ich nicht sagen Weil Revi hat wirklich eine Midlife-Crisis Merk dir, guck mal, er muss die ganze Zeit nicht reden Muss ich einen Mercedes holen, um wieder jung und hip zu wirken So wie die ganzen Teenies Mercedes ist sehr was für Teenies, Revi Du hast recht Was ist für Erwachsene? Ja, eher so Corvette, eine Corvette ist für Erwachsene Oh, Geschenk Komm, nehm ich mit Revi, was machst du? Warum nimmst du das Geschenk nicht? Ich muss doch da hinlaufen, oder nicht? Oh, bist du Ich kenn das Spiel nicht Oh, bist du Was muss man machen? Nur schießen? Nee Du musst einfach immer das, wo Feuer ist, musst du abschießen Sag mir jetzt wirklich mal bitte, was ich machen muss, ehrlich Ja Hey, ich weiß nicht, wie elbe ich denn Was? Ey, ihr dumm Wich Ich wusste nicht mehr, wie das Feuer aussieht Ja, ist sau lustig, Micky Ist sau witzig, Alter Ich bin bei Minus Ich bin bei Minus 1 Ey, ich fände das so assi, wenn mir keiner die Spiele erklärt Die stehen doch einfach mal beschrieben, du Idiot Du Arsch Ich kann nicht lesen, Mann, das weißt du So wie du deinen Mediakraft-Vertrag nicht gelesen hast, Simon Unge Damn Ach, Decker, ich knall jetzt hier die ganze Zeit daneben Ist doch scheiße, ich hole hier eh nicht mehr einen Komm Alter, das ist ja fast vollautomatisch Decker, bringt doch eh nichts hier, komm, schau doch mal drauf, Alter Was brauchst du denn? 1, 2, 3, 4, 5 Komm, 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 komm Oh nein, ich werd verkackt Los, los, los Ich mach jetzt mit dem Oder, Max, hol den Bitte, bitte Let's go Ah 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 Der Schiss Ah Der hält nicht mehr minus 27 Punkte Boah, ist das geil peinlich Ah Und ich krieg noch Schlüssel von dir Und ich krieg noch Schlüssel von dir Du kleiner Hund Ey, Revi, was musst du würfeln? Was musst du würfeln? Guck mal ganz kurz 1, 2, 3, 4, 8 oder 9 8 oder 9, Revi Ist unmöglich, ist unmöglich Das wär so krass, wenn du das jetzt holst, Revi Das wär so krass 1, 2, 3 Hey Annehmen Bestätigen drücken, X Was heißt das? Ja, da wirst du anders Ja, schieß dich rüber, schieß dich rüber Das ist gut, Revi Nein, jetzt seid mal ehrlich, bitte Nein, bestätige einfach rüber Ich sag dir ehrlich Einmal die andere Seite Würde sogar Sinn machen, weil du die Kiste hier eh nicht mehr bekommst Könntest du ja schon an einen neuen Punkt gehen Ja Spawn die Kiste, das ist Gamble, ne? Das ist Gamble Es könnte sein, dass du eine andere Kiste spawst Ich geh rein, ich gamble Ich gamble Ab dafür Geschenk auch noch bekommen Sehr gut Du läufst noch weiter Egal, Schlüssel wieder drin Hey, ist Gamble Launisches Labyrinth Oh, ich bin so froh Revis Erster Aber er hat die Kanone genommen Er hat jetzt die Kiste bekommen Hei, 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 hei Revi hätte die Kiste nicht bekommen Revi hätte die Kiste nicht bekommen Alles läuft nach Plan Jawoll Da ist er, da ist er Der verdiente Erste Pokal Das ist so bitter Ich hab keine Ahnung wie dieses Müllgame funktioniert Was muss ich machen? Wo geht's hier? Wir haben längst nicht Ja, wer zuerst ins Wasser fällt, der ist raus Hey, lass uns hier oben beide bleiben Ey, Orange Wer bist du? Lass kurz hier bleiben Lass kurz bleiben Weil wenn die runterfallen Dann sind wir auf jeden Fall schon mal Erster und Zweiter, weißt du Wir sind ja schon mal Erster und Zweiter Ey, nee, das machen wir nicht Revi, wir sind nicht dumm Hier oben kann doch nichts passieren Revi Max, ich f*** dich Ich hole mir meine Punkte, Max Keine Chance, 3 gegen 1 Keine Chance Das ist un-uncoolige Team hier, wa? Das ist kein Ge-Team, wir haben einfach nur gechillt Das ist Team S Revi schießt auf uns Revi schießt auf uns Revi schießt auf uns Revi ist Wasser, ja Ich hab das noch gewonnen So ein Sch*** Alter, dass er dadurch jetzt die Runde gewinnt Ich fass es nicht Jetzt haben alle Jetzt habt ihr beide schon einen? Mhm, so macht man das in der Familie Man teilt So ein Sch*** Dreckige Red Hat Clan, Alter Boah, Simon, du machst mich so aggressiv Mit deiner manipulativen Pissart Boah, kotzt du mich an mit deiner Hässlichkeit, Simon Du bist so Boah, Simon, ich hasse dich so, ne? Ich bin extrem bewegt mit allem Das ist schlimmer als bei Castle Rush, Alter, wirklich Deine hässliche Lache, hör auf! Boah, Junge Ich hasse Junge so Mach jetzt was! 2 Ich krieg wieder auf Fresse, jetzt gehts wieder weg Oh Das Beste, was passiert Oh Oha Was war das für ein Spielstart? Das Gang geht doch gar nicht los Sind alle ein Pokal Außer natürlich der Amex Ich hab noch nie einen Pokal, Leute Das geht ja noch gar nicht los Ich hab noch nie einen Pokal Ich hab noch nie einen Pokal Ich warte, gehst du auf! Ich hab noch nie einen Pokal Jawohl Ja! Ja! Herz Glückwunsch! Aber hättest du dich vorher so viel rumgeheult, wärs noch ein ehrenhafterer Pokal geworden Ach, Ruhe! Oh Leute, ich hab ne 6 in der Arbeit Oh, ne 1 Eheh Ich drifte einfach nur im Kreis Guck mal wie dieser eklige Unge, der kriegt keine Punkte, wie geil Dieser Dumme Ja! Komm und ja! Ja du Schweinehund Noch nie im Krieg gewesen, ne? Komm! General Und hier das Punkte-Ding Komm Und jetzt schießen wir drauf Und wir gehen down Oh, wir fehlen 3 Schlüssel aber Da hab ich nicht drüber nachgedacht Aber Wie viele Schritte geh ich noch? Ja! Ja! Das ist, das ist, das ist Das ist wieder, das ist wieder Ich hasse Könnt ihr irgendwas auf Unge machen? Habt ihr irgendwas? Ja, ja, ja Mach was Mach wieder Abflussbirne Ja, ja, richtig Ehrenlos, ehrenlos Nein, nicht ehrenlos Richtig so Da hast du Unge! Ja! Kein Problem So, jetzt muss ich gleich den Superlaser auf Unge machen Oh ja, lässig Ah, der Trimix Äh, der hat Micky Der gönnt nicht, der gönnt nicht Wer hat denn die Games eingestellt? Das war so ganz normal James, du hohe Kattenschnauze Das wird doch so geil Wenn sich gleich Micky teleportiert Einfach auf Unge Und dann ist, äh, der weg Es geht um den Fun Ja, wenn du Negativ Fun hast, bringt auch der Win nichts Negativ Fun Ach, Sch**e Trimix, das sieht gar nicht gut aus Der hat noch keinen Punkt Ich bin schlecht in Simpelien Das ist ein Sch**-Game Das hat mich ein Bastard gekodet Komm, ich flieg in die Lava Rein in die Lava Let's go Och, Mann Schönen Helikopterpilot runter mit dir Und nochmal in die Lava Schönen Null Punkt Lava Jawoll Jawoll Da ist er Da ist er Ja, da ist der Sieg Jetzt können mich alle am Arsch lecken Jetzt können mich alle am Arsch lecken Jetzt können mich alle am Arsch lecken Was war? Simon, du kostest mich so an, Alter Ich kann mich am Arsch lecken Ich will mir meine Hand wieder zerstechen Ich krieg hier Karte, du was schweiz Ich will mir meine Hand wieder zerstechen Irgendwas Ihr könnt mich am Arsch lecken Ihr könnt mich am Arsch lecken Ich krieg hier meinen Arschmatz Oh, Junge, Simon Ich schwöre, halt deine Fresse, bitte Oh, ja So Das Game ging bisher noch nicht los Oh, ja Damit hat er jetzt noch nicht gestartet Und ne Arsch ist aber noch Da ist er Da ist er So Ich stinke so vor Schweiß Es ist ekelhaft Ich reg mich nur auf Ich stinke so eklig Oh, ich kann mir vorstellen Das Revi richtig stinkt einfach Max, ich hab dich mal Max Max, ich hab einmal Einmal, Max Bin ich im Suft gegen dich gelaufen Als wir feiern waren Bah, du hast ekelhaft gerochen, Max Du hast wirklich einen Körpergeruch Das ist nicht normal Das Game hasst dich so, Digga Wieso hast du das? Weil du es nicht kannst? Ja Ach, scheiß drauf, Digga Hahaha Ist das dahinter Revi Ja Jetzt hab ich Ich hab viermal eine 2 gewürfelt Was kommt jetzt aus dem Geschenk? So, und das ist Ausgleichsgerechtigkeit Was? Auch ein Teleport? War klar War klar Wäre zu krank gewesen Wäre so viele 2 gewürfelt Stark Jetzt sind wieder alle auf dem gleichen Stand Das stimmt nicht, Simon Du hast zwei Punkte Du dummer Arschloch Hör auf, so manipulativst Die ganze Zeit zu sein Du nervst mich Du nervst mich, ne? Ach ne, das kann ich nicht Ich hab null Punkte Fünf Ganz, ganz schwache Aktion von Miki hier wieder Wirklich sehr lächerlich und einfach nur peinlich Peinlich Miki, peinlich Wir müssen mal einen Turm bauen Oder wie? Wer zuerst an der Decke ist Genau, wer zuerst an der Decke ist Okay, das kann ich nicht Das ist doch eine Scheiße Rewi Rewi Lass einfach immer in eine Richtung lenken Entweder entscheidest du für A oder D In eine Richtung lenken Was mich hat an dieser ganzen Ist, dass wir diese Gelbschule Alle 200 Mal gespielt haben Ich hab noch nie, wisst ihr? Und dann kotzt ihr mich an von wegen Ich hab noch nie in meinem Leben Pummelparty gespielt, Simon Bullshit Was letztes irgendwann bei Pummelparty dabei Hab ich auch gesehen Ja, ich war dabei, Alter Oh, ich glaub Oh, Zweiter Schenk Ich geh, ich geh danach offline Wirklich Oh, der magische Hase Ja, und ich geh ab Rewi auffressen Instant Oh nein, Rewi Es tut mir jetzt schon leid Rewi entspann dich Rewi Ruhig Rewi 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 Ich weiß das doch nicht, wie das geht, Mann Da steht nicht, dass ich Schaden bekomme, Mann Die Fässer sind auf mich zugeflogen Ich dachte, ich muss die fangen, Alter Versuche auf dem Land zu bleiben Boah, ich krieg hier so Hasskicks, ne? Boah, Simon, das ist schlimmer als Castle Rush gerade für mich, ne? Alles gut, alles gut Ich bin nicht gut, aber ich bin unterhalten Das ist meine Stärke Ja Max Was Nichts, alles gut Oh, noch mal nicht verschworen Aua Danke für deinen Magneten Digga Und tschüss, mein Lieber Boah, Digga, Simon, du bist wirklich ein richtiger Kotzmensch, weißt du das? Was ist das denn? Einfach rumlaufen Wieso habe ich denn so wenig Punkte im Gesetz zu anderen Leuten? Das ist halt das Ding, dass diese Kristalle wieder einen Boost geben, Stand da zum Beispiel nicht, das wusste ich nicht Ich glaube, die Geschichte ist wahr, da muss ich sie wirklich leider enttäuschen So machen wir das, Revi, guckst du? Max Ja, Unge kann jetzt gewinnen Ach, du hast nicht genug, du hast nicht genug Oh mein Gott, du hast nicht genug Oh mein Gott Unge kann einfach gewinnen, ich weiß auch nicht wo die ganzen Schlüssel her hat Schneid mir gleich meinen eigenen Bauch auf Ähm, was müsste ich denn würfeln? Medkit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah, niemals, niemals, schaffst du nicht schafft Ist kein Problem, wenn ich es nicht schaffe, ist kein Problem, dann nehme ich einfach danach das Paket Ich probiere einfach das und dann noch probiere ich das Paket Gar kein Problem, Leute Ist doch gar kein Problem Wir machen auf ganz entspannte Dieser ganz entspannte Hase Oh, Digga Er gewinnt Oh, da ist er, da ist er Simon Unge kotzt mich so an Einfach nur Das war ja das so Einfach nur Mit überragendem Gameplay Mit überragendem Gameplay Einfach nur An allen vorbeigezogen Minispiele gef***t Tschüss, mein Lieben Tschüss, das war's Tja, und da sieht man die guten Verlierer Die einfach PG sagen Laufste Fummel-Party-Runde of all time Ja, das lag aber an Revi Das muss man dazu sagen Ach, Simon, du kotzt mich so an Deine Stimme klingt wie als hättest du 3 Kilo Butter gegessen Wirklich, Mann Hab ich auch Da ist er Egal, ich war nicht letzter Trimax war letzter Trimax war letzter Trimax war letzter Das war so geil War Trimax wirklich letzter? Ja, ja Wieso? Du hattest einen Schlüssel weniger als ich Ach so Ich hatte noch ein Geschenk, also nein Ja, trotzdem Max war's hinter mir Du schuldest mir 20 Subs Ich hab die meisten Keys noch geholt Jo Die meisten Minispiele gewonnen Jetzt sehen wir es schwarz auf weiß Ich weiß nicht Micky hat's geschafft Sehr gut, Micky Es bleibt der Familie Das ist das Wichtigste Weil Micky nicht in den Spielen Ihr seid keine Familie Nur weil ihr tatsächlich Gleiche Haare habt, Alter Leute, das ist ein sehr schöner Win Bei Micky Hä, Micky gewinnt? Der hat auch den Trostpreis bekommen Was für ein Trostpreis? Diese Awards Wenn man am Ende Die sich ausschaltet Chat, ganz ehrlich Also Teleport mit Unge Hätte nicht sein müssen Weil hätte ich die Runde gewonnen Hättet ihr wieder nichts gesagt Lass Revi im Knast zusammenschlagen Ich bin immer im Gefängnis Das ist die Sache Ihr könnt die 20 Subs an der Sabine Jetzt hinten raus Ihr könnt die 20 Subs an der Sabine schicken Nein, ich schenke keiner Frau irgendwas Sobald ich irgendeiner Frau irgendwas schenke Schreibt mein Chat eh wieder Simp, Alter Ich schenke einer Frau nichts 20 Subs an Sabine Ich schenke nicht mal meiner Mutter was zum Geburtstag Ich hab gewonnen für dich, Girl Twitch.tv Twitch.tv slash Swabine Tschüss, meine Lieben Oh, Trimax der Ehrenmann Hat direkt 20er Bombe rausgehauen Ehrenmann Trimax Jetzt bin ich genau 2.500 im Minus Ich mach nur 10 Irre Kannst du meine Subs vorlesen? Ja, ich lese deine Subs vor Revi Revi verschenken 20 Du vereinst Subs an die Community von Swabine Danke, danke, vielen Dank Könnt ihr nochmal verlieren Danke Das war echt eine gute Eine richtig gute Runde Pummel-Party Muss ich sagen Haut rein Leute Küsse gehen raus Tschüss Küsse, 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 Küsse War nice Danke, komm Adich Wie ist er bei kurzem? Good 170 g Im B